Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokemon Crystal Dust. Ich bin hier am trainieren und die Dori ist am Eusinen ärgern. Worauf achtest du alles bei den Trainern? Okay, die Trainerin hat schicke Brüste, muss ich sagen. So, ich bin auch auf endlich angekommen in der Stadt. So, bist du zweit noch an der Bundesstraße? Bist du zweit noch an der Autobahn in der Nähe von... Ich hab ne Hauptstraße, ich hab mein Fenster heute mal auf, wenn ich das immer zu mache. Eww, man hört's. So laut? Es geht. Ja, dann mach ich das morgen... Mach ich das morgen wieder zu. Jo. Okay, jetzt verprügel ich auch mal Eusinen. Ja, der hat dich raus. Als wenn ich denn mit meinem Bewege über dich stehen, locker. Killer erledigt erstmal gleich dieses Traumato. Mit nem schönen Biss. Oder auch nicht. Gerardus, schlafen kannst du später. Geht doch. Okay, Traumato ist down. Okay, gegen jetzt... Sein zweites Pokémon, gegen dieses Elektrober, wechsle ich zu Gorki. Irgendwann mit nem Georock hab ich dann besseren Vorteil als mit nem Garadus. Joa. Vor allem, weil Ultraschallnachter daneben geht. Und ich bisher die ersten beiden Pokémon bekämpft habe, ohne auch nur einen Treffer zu kassieren. Könnte sich jetzt ändern, nachdem ich grad diesen dummen Fehler gemacht hab. Ich hört mir das komisch. Ich wollte eigentlich, äh, Georock wieder gegen Killer auswechseln, aber... Bin auf den falschen Knopf gedrückt. Ich hab ganze 4 Kp Schaden abgezogen bekommen. Durch Schlecker. Apollo wollte mir unbedingt durchs Gesicht lecken. Tja, schmeckt sehr gut, wa? Ich weiß nicht, wie Steine schmecken. So, jetzt haben wir Eusine erärgert. Wir sind in Anemonia City angekommen. Dann würd ich sagen, haben wir ja alles erledigt. Dann können wir ja die Medizin holen. Hab ich schon geholt. Dann würd ich sagen, können wir in die Arena gehen. Dann können wir in die Arena gehen, ja. Ich glaub schon gar nicht, ich bin wieder im falschen Haus gelandet. So, ich bin dann mal bei dem ersten Schwarzgurt. Und mir fällt grad auf, dass ich gleich noch jemandem, äh, Stärke beibringen muss. Und wie... Und das ist ein Doppelkampf. Das ist ein Doppelkampf, ja. Geil. Mal schauen, wie sich Garados und Timon schlagen. Ja, ich mag Doppelkämpfer. Also... Ich mag Doppelkämpfer. Also... Ich mag Doppelkämpfer. Okay, jetzt bin ich mal... Alter, hat Timon ne geile Abwehr. Es hat grad fetten Eissieb von K... von Noxchang kassiert, ne? Ja. Ja. Ist aber immer noch im grünen Bereich. Ja. Nicht schlecht, oder? Ja, auf jeden Fall. Bei mir hat sich die Klick gerade selbst gezählt, weil ich nur wieder daneben gegangen bin. Du meinst Turm-Kick? Ja, ja, mein ich so. So, ich bin jetzt beim zweiten Trainer. Jetzt ist das ja wieder ein Einzelkampf. Wenn das so weiter geht, bekommen wir in dieser Folge sogar noch in so einem 5. Norden. Weil wir jetzt schnell gut sind. Ja. Ja. Ja, das ist doch fast gut. Ja, dann... Aber nicht im ersten Kampf direkt, oder? Nein, nein. Ich glaube schon, Noxchang hätte es mit Donnerschlag gekillt. Also ich sag mal so, wenn das mit Donnerschlag wäre, wären wir beiden schon längst raus. Auf jeden Fall. Also ich spätestens nach... 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 nach Bianca. Ja. Ja, du spätestens, äh, frühstest bei Bianca, ja. Den bring ich jetzt nicht mal Stärke bei. So, bei mir lernt das Ais. Würde ich mal sagen. Ich mach's mir ganz einfach. Das passt. Was denn? Ich geh ins Pokémon Center, schnapp mir Ratika und bring ihm Stärke bei. Ja. Und dann muss ich wieder weg, oder was? Ja. Ah, ich kann das gar nicht lernen, wie bin ich denn dabei? Ratikal? Äh... ja, Ratikal. Kann doch er lernen, oder? Ich will ja, ne? Ja, Ratikal kann das lernen. Wir bringen beide, die... und wenn du fliegen, bringst du Tauboga bei. Ja. Na klasse, wir bringen Stärke und Fliegen den selben Pokémon bei. Ja, ich auch mal was. Hatten wir bisher auch noch nicht. Nee. Okay, durch Ratikal ist, hab ich ein Level 27er, ein Level 2, ein Level 30er, ein Level 25er, ein Level 26er und ein Level 20er im Team. Gibt's auch nicht schlecht. Haha. Unausgeglichener geht's auch nicht mehr. Okay. Vor allem, wenn man denkt, dass ich mit einem normalen Pokémon in eine Kampfarena reingehe. Ja, sehr schlauer, ne? Noch schlauer wär's, wenn ich Ratikal vorne hätte. Ja, auch mal was. Jetzt bin ich bescheuert. Geht schon. Ich sag mal, du bist mit Tauboga auch grad ins Pokémon Center gegangen, oder? Nee, ich mach jetzt erst schon einen Trainer-Nerf und dann bescheuert zum Arenaleiter gehe ich ins Pokémon Center. Der Kerl mit seinem Rasers, ey. Ja, sorry Leute, ich mach aber diesen Arena-Kampf, äh, diese Arena-Trainer mach ich jetzt grad mal in Superspeed. Weil ich wollte eigentlich diesen Ohr noch in dieser Folge gewinnen. Also, ich hab's noch nicht mehr. Doch, schaff ich noch. Ich hab halt nur den letzten Arena-Trainer in Superspeed gemacht. Neun. Ne, doch zehn. Passt. So, aber ich hab, äh, den Arenaleiter sehr hart in Erinnerung. Ja, da kann ich schon ordentlich reinhauen. fuhh! Peeeees! Pik enabled! Warte, ich kann nicht telefonieren während ich aufnehmen, oder? Seht hier schon jemand aufstehen? Das ist ein Schlauch. Der Rest ist mein Spiegelbild. Sieht gut aus. Staub. Ich stehe jetzt vorartig. Was, du bist fertig? Ich stehe vorartig und warte nur auf dich. Pief, pief. Ja, ich weiß gerade, ich komme sofort. Es scheint mir reicht, bitte. Dann muss ich die Steine wieder rumschieben. Der da, der da und der da. Okay. Ja, Leute. Wir sind 3, 2, 1. Hartwig am Sprechen. Nein, Pokémon werden Steine wie Knochen zersplittern lassen. Dazu werden sie nicht kommen. Wenn man den originalen deutschen Namen Hartwig vom englischen nennen würde und dann ins deutsch übersetzen würde. Weißt du was Hartwig daran bedeuten würde? Harte Perücke. Ist mir gerade mal erst so aufgefallen, so spontan. Sag mal ernsthaft, Chuck heißt der mit Nachnamen Chuck Norris? Was? Chuck Norris? Der Kerl heißt im englischen Chuck. Ist sein Nachname Norris? So, also Rasas ist erledigt nach zweimal Drachenwut. Übrigens, Quapo ist Level 30. Ja, sehe ich. Okay, dieses Quapo ist noch dümmere als ein Karpador. Warum? Anstatt dass es Wuchtschlag eintet oder Powerpunch, ne? Da sitzt er zweimal Mindreader hintereinander ein. Ja. Und Hartwig hat seinen ersten Hypertrank verschwendet. Und das war jetzt der zweite Hypertrank und der dritte Mindreader hintereinander. Was war jetzt? Okay, Kampfattacken bringen bei Gara, das ist auch nicht wirklich was. Wasserattacken doch genauso wenig. Na, Wasserattacken bringen nix. Da kommt's nicht weiter. Papu kommt mit nem Surfer an. Ja. Gehen Garados. Warum auch nix? Ich habe den Sturm-Orden gewonnen. Ich hätte ihn gewonnen. Ich kämpfe noch. Ja, das ist in dieser Arena-Kampf, weil ich da einfach selber. Kein Wunder, wenn man überlevelt ist. So, Radikal, du bist wieder raus aus dem Klim. Tauboga, jetzt braucht Etika hier erstmal zu fliegen. Und der Arena-Kampf ging bei mir eine Minute lang. Ja. Ja. Ja, Koppel, ich darf schon zählen. Das braucht noch ein bisschen. Ich sag's ja immer. Man braucht immer was gegen Wasser-Pokémon. Ja. 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 Ich will was tun. Muss ich machen. So, ich hab mir jetzt erstmal die... Ich hab mir jetzt erstmal Fliegen geholt. Und jetzt würde ich sagen, machen wir uns schonmal auf den Weg zurück nach Holiday City. Wir bringen Jasmin die Medizin. Und dann werden wir mal die Folge versuchen in der Arena zu beenden, aber vor dem Arena-Kampf. Also nicht den Arena-Kampf machen wir, das wird zu knapp. Das Risiko gehe ich nicht ein, das wird eh nichts. So, wir kommen zurück in Olliviana City. Tabuga wieder in den PC packen. Ja, Tabuga und Radical, ihr hattet nur einen kurzen Aufgritt jetzt mal. Einen verdammt kurzen Aufgritt. Und diesen gesamten Weg durch den Leuchtturm mache ich jetzt in Superspeed. Ich sag, wie geht mir sowas von auf die Nerven? Verloren? Noch nicht, aber schlafen. Also, sieht es schlecht aus für dich. Auch super, auch super. Nee, ich hab keinen Ausstieg noch mehr. Aha. So, wir haben jetzt die geheime Medizin überbracht. Und ich werd den Kampfer schalieren. Dann sind wir immerhinquit. Ich hasse nicht. Dann hat die Affe uns einmal in der Arena verloren. Das war's. Verloren. Eine Runde Mitleid jetzt mal, ganz ehrlich. Eine Runde mit traurigem Mitleid mit dem Dori, dass sie verloren hat. Ist immer scheiße, wenn man in der Arena kommt verliert. Ich spreche aus Erfahrung. Dafür hab ich tatsächlich in der Hand von einer Minute so plattgemacht. Yay. Ich bin besser, 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 ich bin besser. Wo ist das? Ich hab die Arena mit dem Level 27er Platz gemacht. Was ich in der Arena vermisse, sind die Arena Trainer. Und Leute, das war's für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal knöpple ich mir dieses scheiß Arena, ich höre mich wieder vor. Dori wird beim nächsten Part versuchen, Hartwig zu besiegen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder. Ciao. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Und du warst und tja.